Tag, ihr Pfeifen! Da wir ja alle in einer modernen Welt leben, in der keiner mehr richtig auf die Umwelt nimmt, dachte ich mir, spiele mal den Öko-Signalator Projekt Grün. Ja, jetzt seht ihr das schöne Hauptmenü. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Gucken, was uns erwartet. Ausfall. Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Nordasien, Südaust... Südaust... Australasien! Äh, ja. Ich würde sagen, Europa. Ja, Tutorial. Willkommen beim Öko-Simulator. Dieses Tutorial macht mit dem Grundland, macht euch das Grundlagen mit dem Spiel vertraut. Klicken Sie auf den blinkenden Pfeil, um zu beginnen. Also, eins vorweg, das Spiel sieht echt toll aus. Naja. Zunächst müssen Sie wissen, wie Sie durch die Welt navigieren können. Klicken Sie oben, wie auf die Schaltflächer einzunehmen. Okay. Oh. 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 Jetzt wieder raus. Oh. Oh. Ich bin mal auf der Mastaste rotatiert. Warum kannst du das nicht mit der Maus machen? Ähh. Ich könnte sie vielleicht auch befähigen, den sie gedrückte Maustaste über den Bildschirm ziehen, dass sie nun wissen, wie sie durch die Welt navigieren können, wir anfangen zu bauen. Ich werde jetzt zunächst das Fenster anladen. Okay. Kraftwerk symbolische Anlagen sie errichten können. Kraftwerk. Aha. Das haben wir. Cooler Kraftwerk. Erneuerbare... Ah, schießen wir das an, gucken. Was haben wir denn hier alle? Egal, warum wer ist denn so ein Scheiß-Kraftwerk? Wenn sie die Anlage ausgewählt haben, werden sie alle im Möglichenstandorten weltweit angezeigt. Wo bauen wir es denn hin? Da ist ein Stadion. Kraftwerk. Wem? Da hat man schon eine Kraftwerk hin? Cooler Kraftwerk. Machen wir mal Jörg mal da hin. So, wie, was das ist? Anders zu den Anlagen. Chemieanlagen, Sägewerk. Boah, ey. Die Musik ist echt Porno. Also wieder Porno Streifen. Okay. Ne, wir hatten so dran gemacht. Ich hab dir doch eben schon... Ist das Aktion? Ok, ach egal. Ein Kohlekaffee brauchen Sie Kohle auf Ihrem Fenster, bla bla bla, die Kohle auswerfen. Sie haben nicht genügend Kohle auf Ihr Kaffee zu betreiben und weitere Energie zu erzeugen müssen Sie den Kohlekaffee brauchen oder Kohle importieren. Ja, Fenster schließen. Oh, Anlage. Ja. Was? Anlage? Gehen Sie auf die Anlage? Gehen Sie auf die Anlage? Ach. Äh. Äh. Hä? Was? Witzel. Ja, äh. Seht ihr das hier auch hinzu? Ja, und. Ja. Kapiert. Ja, spiel in dieser Tutorial einfach mal. Sofern kann ein Spiel ja nett sein. Was haben wir in Europa? Willkommen in Simulation. Was auch nenne ich an Ulrata? Äh, äh. Kann ich schon eine junge, knackige, blondiname? Äh. 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 Kohlebergwerk. Bergbau. Kohlebergwerk. Bergbau. Kohlebergwerk. Äh. 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 hier auch ok Fischschippen dort, dort, dort dort, dort genau einfach Energiequellen braucht kein Schwein was haben wir hier Chemieanlage, Sägewerk oh na da hin ja 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 scheiß drauf ja 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 eh gut was jetzt? ich hab manchmal auch irgendwo zugepackt ja Kraftstoffe ja 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 hier sind wir so der Sound ist einfach nur grottig machen wir den mal ein bisschen so kann er gerne bleiben ähm Option und ja, machen wir den mal weg Meldungsarchiv ja äh äh also ich hab mir dieses Spiel für 4 Euro im Saturn gekauft also und ich wünsche ich mir für das Geld mit dann ist gegangen ja was jetzt? nötigte zeug der okay wir haben Energieüberschuss äh ja Wassermenge verfügbares Wasser ah wir brauchen Wasser ja ich kann mich irgendwo handeln äh wo ist handeln? ach da Popularitätsstatistik scheiß drauf ähm handeln handeln zeug der müllvernischte Müllmenge hm der Müll schicken wir irgendwie die schotte Welt die Freunde oh Gott äh ja ach da ist Rundenbasierend ja Politik festlegen Ressourcenhandel das machen wir das machen wir verfügbar hat Wasser ja was wie kann ich ach ja das macht das alles automatisch sehr toll Politik festlegen ja das können wir was haben wir hier oben hm Politik für Staat Kraftstoff Subventionen Kraftstoff um Benzin und Strom billiger zu machen Wetter was sonst noch Kraft Strom Steuern steuersteuer verziehen und die Menschen schwarzen äh das kann ich äh nicht schleiden wenn die schweizer Ertrag das lassen wir mal verbessere die Qualität das heißt nein Gesundheitssystem Rentnererhöhung äh Steuererhöhung Steuersenkung Machen wir aus Strom und Beziehen billiger ja ok Industrie privatisierte Stromversorger Energiekosten zu senken Strom sparen äh ja hm hm machen wir das da hört sich gar nicht mehr zu verkehrt an was haben wir hier transport öffentlicher nahverkehr transport öffentlicher nahverkehr investieren sie öffentlicher nahverkehr um mehr leute dazu zu prägen ihre autos stehen zu lassen ne ich hab hier noch nicht genug viel Ausfall nehmen wir das einfach mal Umweltschutz Fangquoten Fischfangquoten nein Födern sie die Errichtung weiterer städtischer grünern an hm ja machen wir das 5 Jahre und Politik bestätigen runden runden ok wir verbrauchen mehr Wasser als verfügbar ist den Impfstoff von Wasser oder den Bäumen aah umwelte aktivisten ihr könnt mich mal äh ja warte boah was sind das für Soundeffekte beim zoomen egal ich würde sagen ähm ja was bauen wir denn jetzt äh äh wir brauchen Wasser 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 ich muss das nicht mehr herkriegen ich muss das nicht mehr herkriegen Forschung und Entwicklung ach ich kann hier forschen saubere Kohle Solarzellen forschen dat Öko Landwirtschaft Intensiv Landwirtschaft ich hasse Öko so Suche Gas Öl ja Öl macht euch Nationalpark auch mein Nationalpark auch mein Nationalpark Wasseraufbereitungsanlage normalerweise wieso muss ich was erforschen nachher kann so Öl 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 Jetzt gucken wir dorthin und dorthin, dann will deponieren. Moment, verratere, du kannst mich. Dann machen wir das, oh, die Soundeffekte, machen wir das da weg? Anlage fahren, lass mich sonst noch bauen. Äh, nur verfolgen wir den CO2-Ausstoß mit, machen wir gut. Produkt... Äh. Wir brauchen noch mehr CO2, ver... ... ver.. ... ver.. .. ver.. Über den Schlitter, muss ich den anderen zuverkehrt machen. Ja. Ja. Und Ende? Hä? Umfeld-Fordestiner-G-Quell? Ähm, ja, ja, okay. Dann forschen doch mal. Fertig entwickelt. Sizing-Anlage. Na, gucken wir mal. Ölkraftwerk, färmere Gefängnis. Äh, zwei Jahre, forschen doch das. Äh, Öko-Landwirtschaft. Im möglichen Handwirtschaftsbetrieben, den Anbau von Nutzenzen als Biomasse sollte ich erforschen. Äh, Biomasse-Kraftwerke, hört sich schon mal gut an. Ähm, äh, ja, dann lassen wir mal nix. Fabrik. Äh. 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 Warte, ich hab hier überhaupt kein Management für irgendwas. Äh, egal. Äh. Äh. Die Produktivität. Ich will... Äh. Was hat umwelt- und Schönegie-Sprungen mit Produktivität zu tun? Äh, egal. Ähm, was können wir jetzt bauen? Ah, muss nie so scheiß... Oh, Mann, ey kack. Ey, wird für klufige kleine Würchen süß. Ehm, weg. Ja, weg. Oh, Mann, zu hinten. Sie wird fahren. Gut, gut, scheiß drauf. Oh, Gott, scheiß. Hier, hier, kommt er gut. So. Äh, so. Die erste Folge ist zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Naja, wir sehen uns bei der nächsten Folge.